Trotzdem verbunden Herzlich willkommen zu Trotzdem verbunden. Heute grüße ich besonders Pfarrer Nikolaus, mit dem ich gerade beim 40-jährigen Ordinationsjubiläum zusammen war. Ich freue mich, dass wir immer zusammen beten. Ich habe ein Lied heute mitgebracht, ein Abendlied. Zeige uns den Weg. Wenn der Morgen winkt, zeige uns den Weg, wenn die Sonne sinkt. Welche Wege gehen wir? Es ist in diesen Tagen oft so, dass man das Gefühl hat, wir laufen auseinander, als ob wir in so Kreuzungen sind, wo jeder in eine andere Richtung geht. Es gab in Querfurt so einen Kreisel, da gab es acht abgehende Wege. So kommt das manchmal vor. Und wir müssen immer wieder auf dem Weg zusammenfinden. Vielleicht müssen einige umkehren oder vielleicht auch wir alle, um zusammen weitergehen zu können. Wir wollen als Kirche zusammenbleiben und gemeinsam den Weg hin auf sein Reich gehen. So lasst uns das Abendgebet halten. Wir feiern Abendgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich singe Nummer 426 aus Durchhohes und Tiefes. Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt, zeige uns den Weg, wenn die Sonne sinkt. Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, wenn uns nichts gelingt. Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, wenn uns nichts gelingt. Zeige uns den Weg, 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 zeige uns den Weg in die Ewigkeit. Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg in die Ewigkeit Guter Gott, wir bitten dich, sei du bei uns auf unseren Wegen. Gib, dass wir bei aller Verschiedenheit miteinander auf dem Weg bleiben, hin zu dir, hin in dein Reich. So segne und büte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.